Lieben, wir sind da in der kleinen Fabrik beim GoFeminine-Unboxing-Event. Kommt mit! Die Freizeit-Unboxing-Event. Kommt mit. Das sieht man so aus. Also, ich will das eigentlich auch. Sie. Willst du das wieder öffnen? Der hat ja auch schon mal eingestellt. Ich nehme die einmal so getrohlen. Wir machen mal ganz ehrlich Feedback. Ich finde es gut, wenn wir es nicht verbringen. Ja, ist auch herrlich, geht nicht. Emi, du siehst aus, als ob... Ja. Action! Und wie findest du den Handschuh, den du gerade benutzt hast? Also der Handschuh ist so ganz handlich und von der Größe okay, aber... Zeig mir mal den Handschuh. Sieht aus wie so ein Labor. Ich war in der Tankstelle. In welcher Box? Aber die Creme ist irgendwie, das war die Hello Sweetie Box. Ja. Aber die Creme ist jetzt nicht so ölig, fettig. Die ist eher so süß, wenn du trinkst. Die werden die Hände dadurch zwar nass, aber nicht weicher. Das ist eng. Entweder habe ich einen lieben Kopf oder... Richtig. Doch, schon. Aber naja. Mal gucken, wie die Hände sich dann anfühlen. Paula ist so lieb, die macht uns immer Kaffee hier. Und Cappuccinos. Paula! Paula! Ich mach uns leckere Getränke. Pauze! 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 MörEl! Pauze! MörEl! Pauze! Jaaaa! Was für Diähen zu essen! Mit vollem Finger! Was ist das denn? Hier zu machen? Ja, stimmt ja! Ab was empf loopfest ist... Quietschleisch ist kraniertes wie Installation und nein! Das sieht ja wie aus rockut. Ich finde diesen Spruch von GoFamily so geil, das ist richtig gut. Go girl. Ja. Jetzt wird gefrühstückt, ich habe noch nichts gegessen. Ich glaube das ist Lachs oder Brüte, ich weiß nicht. Einmal ausrollen. Mit einer Hand aufmachen. Oh. Okay, meine Tüte sehen wir nicht. Oh. Fertig. Jetzt habe ich doch Süßes gegessen. Ja, also ich muss sagen, die Box hier gefällt mir am besten. Weil das sehr viele Kosmetikartikel drin und ich würde auch zum ersten Mal alle Produkte selbst benutzen. Ja, was benutzen wir am besten? Also ich finde die Nagellacks sehr schön, die Farbe nicht mehr. Ja. Und NYX. Heißt das NYX oder NYX? Ich sag immer NYX. Ich sag immer NYX. Ich sag immer NYX. Ich sag immer NYX. Ich sag es auch. Ich sag nix. Ich glaube beides kann man sagen. Boah, cool ey. Aber genau, also die Produkte sind auf jeden Fall einmal da, sodass ihr das halt dann in und her erreichen könnt auch. Richtig cool. Die Box ist ja auch schon mal richtig schön. Da sind die nächsten Boxen, die wir jetzt testen. Und... Schleif das so. Schleif das so. Schleif das so. Achso, jetzt. Das ist ja ziemlich. Ne, das ist ja ziemlich. Das ist ja ziemlich. Ja, das ist gut. Ne, das ist okay. Aber ich glaub schon. Das ist ein Armband von der Leuchten. Nein. 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 Das ist kein Fisch-Eifers-Smartphone. Nein. Doch, ich glaub schon. Wenn das so wäre. Oh, deswegen hab ich auch Lifestyle angekreuzt. Das ist nämlich auch, weil ich wusste, da könnte was fürs iPhone oder so kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verbrüchen sein. Oh mein Gott. Ein Fisch-Ei für die Handy-Kamera. Das ist sogar besser als das Selfie-Light. Was ist das? Ich hab auch so schmerzliches. Oh mein Gott. Das ist echt mega geil. Hammer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich deinen Fisch-Ei mal klauen? Ja, nimm. Wo ist das? Ist die drin? Wow. My all time favorite. Diese Box, die hat's in sich. Die ist richtig auf Vlogger zugeschnitten hier. Die Handy. Energy. Von Lancome. Aber auch mit der hätte ich es irgendwie nicht. Ja. Wow. Ne, ich hab' mit Holle. Ja. Ne, ich hab' mit Holle. Hammer. Diese Box hat die Macht. Ach so. Kennt ihr das, wenn ihr sagt, dass ihr euch nur noch gesund ernährt? Und dann habt ihr da so Süßigkeiten liegen. Mhm. Und dann war's das mit der Diät. Leider ja. Ich gucke jetzt mal die Kamera auf. Ding, ne? Was denn? Ich gucke die Kamera nicht drauf. Seltsam bekommen. Ihr Lieben. Ähm. Wir werden auf jeden Fall jetzt das Video drehen. Teil 2. Lasst euch überraschen. Wir haben uns was ganz cooles überlegt. Ein Teil kommt auf meinem Kanal. Wird hoch. Auf meinem Kanal hochgeladen. Der zweite Teil war Evie. Wenn dieses Video hier, der Vlog hochgeladen wird, werdet ihr natürlich schon wissen, was für Videos wir heute gedreht haben. Weil die werden dann schon online sein. I hope you have fun with it. Und ähm. Ja. Wir halten euch auf dem Lauf und wir vloggen gleich noch ein bisschen sexy sexy. Ja. Bis gleich. Ciao. Ciao.